Abschluss eines besonderen Projekts. Drei Tage lang hatten die Asphalthelden auf dem Darmstädter Johannesplatz zu Straßentheater eingeladen und dazu das Johannesviertel humoristisch neu zu entdecken. Wir haben hier drei Tage lang geprobt mit den Anwohnern auch zusammen, die hier am Johannesplatz wohnen. Wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben den Platz praktisch okkupiert in Anspruch genommen. Wir haben ausgelotet, wie weit wir hier gehen können. Zum Abschluss gaben die Helden eine besondere Vorführung. Aber auch wenn die Zeit für Veranstaltungen unter freiem Himmel erst einmal wieder vorbei ist, Straßentheater gibt es in Darmstadt auch den Winter über. Dann natürlich überdacht. Termine dazu gibt es im Internet unter www.mollerkoller.de